so ich begrüße euch zu einem neuen video von mir heute machen wir mal das war meine uhr heute machen wir mal wieder ein ei auf und wir schauen danach oh ja es ist ein naja gut könnte wahrscheinlich nicht richtig erkennen es ist ein oranges ei und was sagt uns das orange ei meistens ist dort eine figur drin wollen wir schauen ob das auch stimmt jawohl es ist eine figur und zwar es ist die schöne schlumpfine die hübsche schlumpfine wurde eigentlich von bösen gaga mehr erschaffen um streit zwischen den schlümpfen zu stiften zum glück ging das böse ging der blöse plan nicht auf denn heute hat schlumpfine alle schlümpfe verzauert und lässt ihre herzen höher schlagen ja auch die schlumpfine die habe ich jetzt schon glaube zweimal dreimal so sieht sie aus ist in einem stück die anderen sind alle zwei geteilt gar gar mehr besteht glaube auch aus vier teilen nur die schlumpfine die besteht auf einen teil so das war dieses video wenn es euch gefallen hat könnt ihr ja mir einen daumen hoch lassen über ein abo würde ich mich auch sehr freuen und wenn ihr hier auf meinen daumen klickt kommt ihr zu meinem zweitkanal da geht es um foodboxing also um essen um mikrowellen essen süßigkeiten softdrinker und 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 falls euch das interessiert schaut auch mal da rein ansonsten war es jetzt das mit diesem video ich hoffe es hat euch gefallen besucht auch meine facebook seite like die und ansonsten das war es tschüss